das puttert hier rein wie schmids katze hier und wo ist eigentlich meine kollegin hier sag mal vielleicht ist noch ein wort das ich lernen kann sag mal wie sieht das überhaupt aus wenn ich hier rumtingel aber man brennt einfach ne also ein drach ist eigentlich viel wert der hatte seinen spaß ne so wie viel war jetzt das wir hatten ja ein paar mal okay bringt doch was ne also ist nicht ohne aber das dauert echt so lange wenn ich hier 10.000 jahre warten muss und die kollegen kommt ja erst jetzt hexenrabe das war auf jeden fall mal ein heißes haustier kann ich nur bestätigen was macht die soldat da ist noch eine truhe die übersehen oh oh experte juckt mich echt nicht sag mal hier jetzt aber mein gott hier ja und hier sind natürlich nur vulkanglas rüstung ist ne leichte rüstung kann man bestimmt noch verzaubern nehmen wir mit vulkanglas rüstung oh la la also auf jeden fall sehenswert und ein runtergeschoss gibt es hier nicht und da ist bestimmt so ein tippie ja ein hippie zelt da gibt es bestimmt kollegen obwohl das hier glaube ich größer ist es wird glaube ich näher sein oder täusche ich mich gerade ne scheint doch so dass es näher ist und die frage was ist es keine machen nichts komisch wir gehen mal rein das haustier ey was ich dachte ich hätte etwas gehört ich hätte jetzt ist alles klar so mani das war schon alles wirklich nein ich sehne mich nach einem kampf natürlich seid vorsichtig danke sehr ich will mich auch mal ein bisschen bekriegen lassen so bisschen hebel da ein bisschen hebel dort ziehen und alles ist glücklich wenn abenteurer schon am anfang ist was gibt es hier unten zu sehen hebelchen abenteurer war aber freundlich wie jetzt nicht leid es ist keine die w w w w w w w w w Ähm Da soll man ja mal greifen, wie das hier funktioniert Also klar, ich weiß wie Man muss den Hebel ziehen Irgendwie hat es dann doch Ja, gegen die Spinnen hat er gekämpft Aber irgendwie Hat er auch mich angegriffen Keine Ahnung Oder hab ich da zuerst Und sag mal ey Was sind das für Spinnen? Ja, ist halt ein bisschen leveln hier So, mehr weiß ich auch nichts Von dem her Ich wollte die da oder hinten lassen Weil ansonsten die alle umgebracht Und wir haben Wir hätten nichts In der Hand gehabt Gegen Sag ich mal Gegen Heilung Ah Verzaubende Spinnen sind doch süß Oder nicht Sechs Punkte hier bei Gryffindor Kriegen wir doch zurück Sag mal Aber jetzt sind sie nicht mehr Also jetzt sind sie nicht mehr Verzaubert, ne? Komisch Ist aber speziell Dass die nicht mehr Verzaubert sind Oder müssen sie sich Zuerst aufladen Ne, jetzt sind sie gar nicht mehr Verzaubert Komm mal ran Komm, nähert euch an mich Dann verwandle ich mich Zum Wehrwolf Und dann sind sie weg So kann man sich auch machen Was Wehrwolf Vielleicht durch die Durch die Hetze hier rennen Aber das geht irgendwie so weit Oh Hey Bleib bitte hier Äh, lasst mich doch bitte Hier mal bis ins Licht Übrigens Licht Oh, wieder Ne, ich lasse mal hier F3 Eilen Kann ich nicht mal umbringen Aber die sind echt nicht irgendwie Verzaubert, ne? Also nicht mehr Ach, ich muss echt lange stehen, ne? Oh Jo Also ich bin Wehrwolf Und Klar Guck, jetzt bin ich noch giftet Aber es geht schnell weg So Boah, das wird hier Wenn ich hier nicht, äh, zaubern könnte Hier wäre die Hölle los Echt Wie sehr schaut's noch um in der Fertigkeit Oh, ein Drittel Boah, das geht aber echt lang hier, ne? Also, oh mein Gott, ey Warum dauert das so ewig lange? Klar, irgendwo muss es ja Das sind die Sache Man kann nicht immer 10.000 Jahre hier warten Wie ich jetzt Oder sollte man es überhaupt Ich weiß gar nicht Sollte man so was machen hier? Einfach mal ein bisschen skillen In dem Sinne, dass man einfach nur heilt Haben sich die Spinnen irgendwann anders überlegt? Haben sie irgendwann langweilig Und möchten nicht mehr kämpfen? Weil dann müssen sie nur sagen Die eine hat es schon aufgegeben Gut, guck mal hier Das Blut am Boden Ist glaube ich auch nicht gesund, ne? Ich weiß nicht So viel Blut am Boden Ich glaube, um Ja, gesund ist das nicht Wenn man das Blut am Boden sieht Aber ich bin ja Pudel wohl Also Wird wohl nichts draus, ne? Wenn wir hier die ganze Zeit Nur herum bügeln Wann ich jetzt immer heile Sobald die hier Ja Wollte mit Geld fünf Punkte Wiederherstellung kaufen Ja, vergiss es Ich kaufe nicht ein Geld ist Mangelware Guck mal Äh Nein, nicht hier Aber wie sieht man das hier? Hälfte voll Cool Geld ist Mangelware Guck mal hier Aber nur Nicht mal 55.000 Das ist schlimm Komm, wird langsam langweilig hier Ah, toll Oh Es wird langsam langweilig Ist zwar lustig für Für Skillen Aber nur zu warten Aber Ja Oh 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 Das ist auch nicht der Sinn der Sache Dass man einfach nur rum steht Wie ein Depp Oder Vollhorst Wie man mal betrachtet Ne Holstür Um Septime und Ausdauer Warum nicht Was ist für einer Oh Mit dem ich Äh Heilzauber üben kann Wie jetzt? Oh Da hinten ist er Ja 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 Das siehst du gut Sag mal Kollege Was ist überhaupt für einer Keine Seelie ist groß genug Ja Ja 70 17 Und 50 Das wird nichts draus Achso Hier kommen sie raus Die kleine Racker Level 1 Ja toll Das wird nichts Bringt das überhaupt was In der Leiste da unten Level 1 Wie wenig Schaden machen die Sag mal 219 Die machen keinen Schaden ey Obwohl ich eigentlich keine Rüstung trage Die wirklich so Äh Wie soll ich sagen Den Schaden Hält Achso Ich habe einen Schlüssel Cool Ähm Hä Wie jetzt Wir kamen ja nicht zurück Und da hinten kommen wir dann weiter Ähm Interessant Dass man hier so Sachen Sie Truhen Schloss knacken aber eh den Herren Illusionszauber Kosten 12% weniger Bla 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 Brauchen wir nicht Ich hab das Level Leveln Mal mit einem Riesen Gemacht Hm Achso das ist ein Schrein Scheiße Eine Riese ist bestimmt Effektiver ne Mann oh Mann Was gibt's hier alles Über Aber Ähm Den eigentlichen Questen haben wir nicht Vor Ja Können wir nicht weiterfahren Oh Sag mal Kollege hier 14 Oh Jo Die haben was im Blut So Besser ist es Komm ran Boah Wo Wollen wir da weggehen Wie weit sind wir jetzt mit dem Oh Cool Das lohnt es ja echt mal Irgendwie nicht Vielleicht brauchst du ein bisschen zum Updaten Ne Kann ja gut sein So Nächste Runde Nächste Zappahapa Komm mal ran Komm Schlag mich Wenn du kannst Ja Noch Fünf Punkte Das dauert Viel Ein bisschen Ewig Ne Also hab ich das Gefühl Das dauert Ewig Komm ran Ja Papa Ne Ich bin Lecker Also ich spinne Hat recht gut Ne Die hat's recht gut Oh Weg die Bohne Was hat die hier Drei Frostgiftchen Oh Wie süß Ist Panama Yes Ne Ich brauch nur 60 Also ich brauch 60 Punkte hier Ich hab glaube ich Die Talente hier Offengelassen Weil ich den hier Haben möchte Eigentlich schon Von Grund aus Nur bin ich so doof Um das mir zu merken Und daher stehe ich hier Nun ist es so Das ist so Das ist so